Ich möchte jetzt erstmal den ganzen Fluss hier sauber machen. Also die Fragen jedes Mal. Was ist das für eine Map? Also du brauchst doch nur einmal reingucken, dann zieh ich, dass es Operation ist. Ja, so ist es halt nicht. Leute, noch eine knappe Stunde, dann ist es schon wieder rum. 300 Gestalt habe ich jetzt. Ist mit dem Drachen easy, nicht? Ja, du musst halt trotzdem einen Haufen Scheißdreck wegschmeißen. Du kriegst ja fast nur grüne Gäms oder so. Man muss dann immer wieder einen Haufen Zeug wegschmeißen. Einmal durch den Fluss warten und alles killen. Da schreien sie hundertmal. Nein, das wollte ich tähmen. Nein, das wollte ich tähmen. Echt? Nur hundertmal, nicht nur hundertmal? Ja, das wollte die Perlen haben. Das nächste Mal müsst ihr sagen, tuttidutidu. Mhm. Bevor der losgeschrie hat, ist halt mit dem Drachen ist halt das Problem echt ein bis tot. Mhm, tot. Ja, egal. Ich hoffe, der See ist jetzt auch unmöglich. Ne, dann natürlich ist da noch einer. X. Chor, guck mal, was sie mit dem Drachen machen. Ja, die bauen den da gerade schön ein. Aber warum? Weil sie, der ist ja offenbar, ja irgendwas hat angegriffen, der ist dahin gerannt. Und jetzt bekommen sie den dann nicht mehr raus. Ah doch. Das war bei meinen Dingen nämlich auch so. Ich wurde von Nameless angegriffen, weil mein Licht aus war. Und dann ist der Babydrache hinter den, ähm, zerkleinerer geraten. Und dann kam der dann von alleine nicht mehr raus. Mhm, okay. Dann musste ich die Wand einreißen, um hier wieder raus zu bekommen. Ja, aber wozu gibt's denn den Passivmodus? So. Mal so als Frage. Au. Anglerfisch? Mó. Böhm. Komm her, du. Kleiner Wurm. Böhm. Böhm. Okay. Nein. Das ist echt fies unter Wasser so ein Erdbeben. Wollten wir nämlich einen ganzen Kilometer weggeschoben. Ja, bei dem Erdbeben kann ich nichts bauen. Das ist immer schön. Grobe Sachen wie Wände hinmachen geht ja noch. Aber wenn er dann zu fein ist, auch ein Maschur wie Zaunfundament anpassen. Ja, das ist dann... Vergiss es. Nein. Erdbeben schopst mich genau zu einem Aal. Ohne Qual mit dem Aal. Jetzt guckt mir hier der Tribe wirklich beim Fischen zu. Welcher bleibt? Ja, sagen Sie das? Ja, jetzt hauen Sie ab. Okay. Ich stelle die Frage nochmal. Welcher bleibt? Äh, Quascher dürfte das sein. Ah, okay. Ja. Bino und Krabbe. Bino und Krabbe. Moin. Moin. Ja klar. Einmal bitte folgen. Wo muss ich sie denn jetzt hinführen? Die wollen ins rote Gebiet. Ja. 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 Hat eigentlich jetzt schon einer von euch Metallrampen gemacht? Ja. Ne, noch nicht. Ich habe Metall hoch gemacht, aber ich habe es nicht gelernt. Aber kann ich nachher machen. Wenn ihr wollt, mir ist das egal. Ja. Nö. Boah, das mache ich schon. Die Wand ist soweit fertig. Könnt ihr euch ja nachher in Ruhe mal angucken. Ich bin zwar noch nicht so ganz zufrieden damit, aber es kommt nichts durch. Okay. Also. Das ist doch schon mal nicht so. Beziehungsweise es sollte nichts durchkommen. Ja. Wie gesagt, ich bin da jetzt halt immer noch am am Kristallgefahren. Am Kristallgefahren. Wollen wir in die Drachenschlacht? Das musst du sie doch fragen. Okay, wenn ihr in die Drachenschlacht wollt, müsst ihr nur dem Metallkonstrukt hier folgen. Ja. 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 Der böse Triportal hat mir mal wieder geholfen. Ja. Ah. Nein. Jetzt vermisst Köpys eine Krabbe und hat ne vermissen Anzeige! Im Chat geschrieben! Pfff! managed to thank you! Oh nein! Jetzt vermisst Köpi eine Krabbe und hat ne vermissen Anzeige im Chat geschrieben! Und wo soll die dann ungefähr wenigstens sein? Ähm, weiß ich nicht genau. Hat er nicht geschrieben, wo genau man suchen muss. Schaut aus wie Schafrock. Okay. Alter, sind das viele Perlen. Fällt mir. Dann bringste mit. Das gefällt uns. Ich bin ja noch lange nicht durch hier. Ich bin ja noch lange nicht durch. Und vier Armen und vier Beinen. Äh, nee. Die haben sechs Beine. Wir haben unsere Krabben zumindest. Lüt, lüt. Lüt, 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 lüt. Ein Anglerfisch, der einen Hit vom Drachen überlebt. Lüt sich. Au. Lüt, 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 lüt. Werde ich unter Wasser festgehalten und ersaufe gerade. Das ist schon nicht schlecht. Dann sag, dass man dich loslassen soll. Lass mich los. Lüt, 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 lüt. Im Spielparadies schreiben sie jetzt, da war die Krabbe. Okay. 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 Ah, die wollen jetzt Megalosaurus 10 und fragen sich, warum man den nicht greifen kann. Hm, vielleicht weil er es nicht will? Oh, da muss ich jetzt aufpassen, dass sie mich nicht nochmal überraschen jetzt. Oh, da kommt eine Krabbe. Nein, 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 nein. So, von wo kommt die jetzt auf einmal? Ja, klar. Ich meine, irgendwie muss man ja danken dafür, dass er hier den Server bereitstellt, wenn man schon nicht subscribt oder spenden möchte. Wir danken ihm, indem wir hier spielen. Wie gesagt, er glaubt doch eh nix. Jetzt verschwindet der Chat nicht mehr. Größer Chat. Da hab ich mal einen Punkt geschrieben. Jetzt ist er weg. Also wenn ihr wieder zurückkommen könnt, wie gesagt, könnt ihr eure Mauer mal von außen angucken und die Rampen jetzt auch dran. Ich bin jetzt gerade am zurückkommen. Ich sammle hier noch alles ein, was geht. Oh, das war ein 112er Krabbe. Oh, das war ein Problem. Ich fahre mal beide Metallsteine hier ab, damit die wieder weg sind. Sind sie schon wieder da? Ja. Oh ne, jetzt fliege ich wahrscheinlich schon wieder raus und bin wieder im Wasser, das ist zum Kotzen echt. Klar natürlich und crasht auch wieder, ach komm Alter, das macht doch keinen Spaß mehr. Wo bist denn du? Ich bin unten am Fluss, am Wasserfall am zweiten, wo es runter geht. Ich muss sogar mit Alt-E4 raus ey, weil das so gecrasht ist wieder. Ich seh deinen Drachen, ich seh deinen Bulldog, aber ich seh dich nicht. Ja, ich werde drunter liegen wahrscheinlich. Oder noch auf dem Drachen hocken oder was auch immer, keine Ahnung. Ich komm nicht mehr an deinem Drachen vorbei. Mann! Ich merke mein Bulldog schon wieder. Aua, was ist denn jetzt los? Ja. 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 Ich find da jetzt. Ohr, ich fahr da ja gerade hoch. Aber es wichtige ist, dass du auf einem Helmserver drauf kommst. ja ja komm keine ahnung was mit dem anderen surfer jetzt da gerade los ist aber seltsam dass die internetseite von denen nicht erreichbar ist man kann nicht gucken welches level der hat also da wird nicht nicht angezeigt ich bin wieder da ja alter ich bin ja fast tot da bin ich gerade noch rechtzeitig aus dem wasser zogen alter dein ernst ja 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020